Ja, herzlich willkommen zu der Lesung Immer im Dazwischen. Ich bin Dimitri Cepurni von Kaga, dem Verein für interkulturelle Kommunikation, Flüchtlings- und Migrationsarbeit. Und wir sind hier an einem sehr besonderen Ort unseres Vereins, der Iranischen Bibliothek und Dokumentationszentrum. Diese Bibliothek hat eine lange Tradition. Sie umfasst mittlerweile 17.000 Bücher und ungefähr 1.000 Zeitschriftentitel. Und ein Drittel der Bücher sind im Ausland erschienen. Und unseres Wissens nach ist es damit die einzige Bibliothek, die gezielt Publikationen iranischer Migrantinnen berücksichtigt und führt. Mittlerweile gibt es hier auch russische, vietnamesische, kurdische und türkische Literatur. Also der Bestand wird immer weiter fortgeführt. Und neben der Ausleihe, dem täglichen Bibliotheksgeschäft, werden hier auch Lesungen durchgeführt. Insbesondere in persischer Sprache, aber inzwischen auch in russischer. Und heute als Premiere auf Serbisch, auf Ungarisch und Deutsch mit unserer heutigen Lesung. Und dazu haben wir zwei sehr interessante Gäste eingeladen. Den Autor und Aktivisten Istvan Farkas. Hallo. Hallo. Und den Flamenco-Gitarristen El Rubito di Granada. Hallo. Und wir werden einerseits Einblick in ihre Werke bekommen, in die Texte von Istvan, die Musik von Rubito. Andererseits möchten wir auch über ethnische Ausgrenzung sprechen und darüber, was wir für mehr Partizipation alle gemeinsam tun können. Es geht los mit einem Dokumentarfilm über Istvan Farkas, über sein Engagement und über seine Projekte. In diesem Film erzählt er über sein Leben. Er ist in Serbien geboren, hat eine Zeit in Ungarn gelebt. Und die Roma-Sprache hat er nie gelernt. Er wurde dadurch auch in der Roma-Community nie wirklich akzeptiert. Es geht in dem Film um seine Projekte, um seine Philosophie. Aber es geht auch um Rassismus-Erfahrungen und Ausgrenzungserfahrungen, die er insbesondere verstärkt in Ungarn erfahren hat. Er ist in der Zeit, um seine Projekte zu machen. Ich bin in Sombor, in ein paar Jahre, in 1962. Was mir als Kind war, war es wie alle anderen Kinder. Wir waren in einigen Spielen, in einigen Spielen, in einigen Veränderungen, in einigen Veränderungen. Aber es war alles im Hintergrund. Ich war in den littleen Spielen und in das Unternehmen. Ich war im Haupt schon. Ich war in der Fre&Divisik-Kurz, aber ich war im Durchschnitt und die Hauptgemeinsicht ohne でhren. Ich war in die Ausbildung, ich war die Ausbildung, weil ich aus diesem Jahr erstes geheißte, ich bin in einer Stöhne, in der Amhation. Das ist ein Teil von Vojvodina. die historisch sind zwischen den drei Zentren. In diesem Sinne, die manchen oft trinken, die die Städte zu beheben, dass sie sich auf einer dieser Seite beheben. Die Städte wissen, dass sie sehr stark sind. Und wenn es mir ist, dann muss es nicht alles beheben, dass es mir ist. Ich habe mich als Römer gefühlt. Wir haben uns gegenseitig, und in einem gemeinsamen Kommunikation haben sie benutzt ein Romskisch. Das habe ich natürlich nicht gehört, aber ich habe mich verletzt. Die Verletzungen der Romskisch-Geräusche von der Romskisch-Geräusche, dauert dann. Nachdem ich in den nächsten Jahren, vielleicht 20 Jahren, dass ich in Sombor zu erreichen bin, das ich wirklich da arbeite. Ich habe mich entschieden, dass ich mich in der Neustadt in Neustadt und da ich mich in die Möglichkeit habe. Aber als ich mich in Novi Sad besiegt, war es nicht genug. Ich habe mich wirklich verletzt, um mein Leben zu leben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Der Film war in serbischer Sprache mit englischen Untertiteln. Ich hoffe, meine kurze Inhaltsangabe vor dem Film hat etwas weitergeholfen. Und erst mal die Frage an Istvan, wie und wann ist dieser Film entstanden? Also dieser Film war aufgenommen vor drei Jahren, ungefähr drei Jahre, in der Stadt Novi Sad in Serbien. als ein Projekt. Projekt hat er genannt als sagst deine Geschichte, und das hat Zentrum für Interkulturalität aufgenommen. Und eine der Protagonisten war es dann du, also die sie ausgewählt haben? Ja, in diesem Projekt waren weniger Filme, noch eine Website gemacht und ein paar Leute hatten seine Geschichten darüber gesprochen und ich war eine davon. Vielen Dank. Wir möchten heute über die Situation von Roma und Sinti auch sprechen mit euch. Die Frage ist, wie die Situation von Roma und Sinti in Serbien ist, in Ungarn, aber auch in Deutschland und ob man sagen kann, dass sie in Deutschland besser ist als in den anderen Ländern. Ja, wie kann ich das bemerken? Ich bin hier das zweite Mal. Erstmal war ich hier als Asylbewerber hier vier Jahre und nun bin ich als ungarischer Staatsbürger, als EU-Bürger hier die letzten zwei Jahre. Und wie kann ich das bemerken? Hier ist die Situation ein bisschen besser als im Ost- oder Südeuropa. Aber gibt es etwas, was ist gleich? Das ist die Ausgrenzung von Roma. Roma sind nicht anerkennend als gleichwertige Leute, als gleichwertige Bürger. Manifestation davon ist im Südeuropa und im Osteuropa schwieriger als hier. Also dort ist mehr Öffentlichkeit, das ich zeige. Dort gibt es mehrere Zeichen unter dem Teppich. Hier ist das ein bisschen weniger und nicht so stark. Du würdest sagen, es ist nicht so stark, aber unterschwellig ist es trotzdem da, auch in Deutschland. Ja, leider. Jetzt zu unserem zweiten Gast eine Frage. Ich habe ihn schon kurz anmoderiert. Es ist El Rubito de Granada. Er stammt aus einer Musikerfamilie aus Granada und ist bereits um die ganze Welt gereist mit seiner Musik und wohnt nun in Bayern. Und meine Frage an dich wäre, wie du die Corona-Krise mitbekommst als Musiker? Ja, das ist ganz einfach. Ich kann nicht spielen. Ja, das ist eine sehr... Ja, aber gut, die haben wir nicht bekommen. Gut, im April habe ich ein bisschen Rassismus erlebt vom lokale Ordnungsamt in München. Glücklich sind wir die Polizei durchgekommen. Ich kann nicht mal concerten geben, aber ich weiß nicht was. Ja gut, ich kann Strasenmusik machen. Die Straße auf meiner Bühne ist auch gut, das macht mir nicht so viel aus. Und jetzt, ja. Jetzt hat alles zu. Ich war für zwei Monate, so für diesen Monat und nächsten Monat, da war ich komplett voll gebucht. Jetzt nichts mehr. Das ist, ja. Du hast auch intensive Kontakte zur Roma-Community und diese leben oft in Sammelunterkünften und Obdachlosenheimen. Und wie nehmen Sie diese Krise wahr? Wie fühlen Sie diese Krise? Für mich ist das gut. Ich bin kein Ron, ich bin ein Sintal. Aber ich kann nicht ganz viele Roma. Wie ist es wahrnehmen? Ich bin ein Sintal. Ich bin ein Sintal. Die Meisterleuten, Meister Roma, die hierher kommen aus Rumänien und so. Die nehmen wir gar nicht einmal so viel wahr als hier Abkete in Deutschland. Die sind hier, die sind an zu überleben. Die haben wir nur in Pech. Das ist ein ganzes Mengen geschlossen ist. Die Meisterleuten und so. Die kriegen das noch nicht einmal so voll mit. Aber die Menschen, die hier noch länger wohnen, die wir schon gesettelt sind. Die bekommen das mit. Die kommen wir auch zu sagen. Ja gut, wenn es geht um Sinti. Meisterleuten uns. Die verdienen uns Geld komplett selbstständig. Das ist eigentlich ein ideaal bei uns. Ja. Eigentlich haben wir nach den anderen wieder gesagt. Das hat man nicht auf. Nichtmache. Und. Da kommt auch in zwei... Ja. Racismen kommt auch hoch. Ja. Mit Corona. Ja. Ich habe es selber erlebt. Familie, die ich kennen. In München. In München ist es so. Da gibt es überall diese kleine krempchen auf der Straße. Da verkocht man eine Gemüse und so. Die Gemüse krempchen. Das ist das. Das ist eigentlich nicht unterzagt. Eigentlich sollte das nicht unterzagt sein. Es war auch nicht unterzagt. Nur für eine Familie die das machte. Diese Familie waren zu welke weise Sinti. Die daagten nicht. Andere dachten noch. Corona wird kannst du als Ausreden benutzt. Um das Rassismus, was bei vielen in Hinterkopf ist. Das sieht mal auch bei vielen Oblegkeitsdienern. Dass die das auch einmal ausleben. Die haben Ausreden dafür. Ja, es ist sehr traurig. Und es ist traurig, dass du nicht auftreten kannst. Und dadurch auch dein Geld damit nicht verdienen kannst. Und das Auftreten möchten wir heute wenigstens in dieser Form ermöglichen. mit diesem Video. Und wir möchten dich bitten, zwei Stücke zu spielen. Und im Anschluss liest Istvan zwei Gedichte vor. Die ich dann auch auf Deutsch übersetzt vorlesen werde. Er liest sie auf Ungarisch und Serbisch, glaube ich. Auf beiden Sprachen vor. Und ich auf Deutsch. Genau. Und jetzt bitte schon, Rubito, Musik ab. Okay. Was ganz traditionell. Die ist nicht von den Sinti. Sondern von den Kale. Wir haben auch Finkale oder Gitanos. Auch in die frühe Zeiten Flamencos genannt. Also, die Menschen in Spanien wogen für die helftige Abstand. Ich habe viele Te истории. ③ Musik 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 Ja, diese Musik hat definitiv ein großes Publikum verdient. Wir hoffen, dass das Video viele Klickzahlen haben wird, dass viele Menschen dich kennenlernen werden und deine Kunst. Und wir kommen jetzt zu Istfans Texten. Der erste Text ist das Schloss des Weißen Vogels. Und Istfan liest auf Ungarisch und Serbisch und ich auf Deutsch. Musik 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 Zammach Bele Ptice Das Schloss des Weißen Vogels, in diesem Zimmer wohnt die Dunkelheit und spricht die Stille und spinnt die Kälte, aber Gäste nirgendher. Farbe klopft nicht an, Stimmen öffnen nicht die Tür, die Glut stößt nicht an, in diesem Zimmer wohnt die Dunkelheit. Jetzt kommen wir zum nächsten Gedicht, hier wohnt niemand mehr. Der Körbe klopft nicht an, in diesem Zimmer auf den Kopf. Dann muss man die Tür auf den Boden schießen und erinnert. Das ist in diesem Jahr, der wieder auf dem Weg nach dem Weg, und das Lelk zu schießen. Hier ist nichts mehr. Na wratat eškolo kod stavi i kreče. Do kasno u noc opet brdima tumara, za dusom svojom traga. Hier wohnt niemand mehr. Hohes trockenes Gras vor dem Fenster, an den blinden Scheiben ein Spinnennetz. Hier wohnt keiner mehr. Nur zum Schlafen kehrt heim ein müder Leib. Er fällt zusammen zwischen feuchten Mauern auf die abgenutzte Schaumstoffmatratze und fällt in traumloses Atmen bis zum Morgengrauen. In der Dämmerung des neuen Morgens steht er auf. Er legt an die Tür ein schweres Schloss und geht los. Bis zur späten Mitternacht geht er an den Berghängen, erforscht seine Seele. Ja, danke Istvan für diese Zeilen. Du hast, soweit ich weiss, auch ein Buch veröffentlicht. Genau diese Gedichte sind nicht veröffentlicht. Aber andere? Aber andere habe ich in zwei Buch veröffentlicht. Und da gibt es noch ein Buch, das ist gemisch gewählt von diesen zwei Buch. Und das hat ein Gedichter als seine Projekte gemacht, also diese Wahlwählung. Kann man diese Bücher kaufen oder wo kann man sie bekommen? Vor wenigen Jahren kann man sie kaufen, aber wie ich habe gehört, gibt es nicht mehr. Also beide werden immer 500 Exemplare ausdrucken und die Exemplare sind verkauft. Wenn ich die Bücher wieder gibt, können wir das in der Videobeschreibung dazu schreiben. Rubito, jetzt bitten wir dich wieder zu spielen. Stücke deiner Wahl, was du möchtest. Wenn ich in Isran, zumindest von keiner gelernt hatte, musste ich dir und denke an Romungri. Und ich dachte, oh, das ist Romungro. Romungri, das ist in Roma, aus Ungarn, die wohnen in Ungarn, in die Schokolade auch. Die haben eigentlich fast komplett, die sprachen verloren, die reden mit ein anderer Ungarisch. Aber die sind auch ganz bekannt, wegen der Muziek was in Maghätschäras und so. Und ich habe auch mit den Algebieten zusammen gespielt, und ich habe ein Idee, dass ich hier von Charas und diese Stil habe ich selber wieder eine Variante gemacht, mit mir selber. Also, ich komme aus Spanien, aber erst mal als Ungar. Okay. Und ich habe es selber gemacht, das weiß ich auch. Das ist meine Constituição. Und ich habe es selber gemacht, das weiß ich auch. Und ich habe es selber gemacht, das weiß ich auch. Und ich habe es selber gemacht. Musik 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 Istvan, du bist in Serbien geboren. Musik 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 Er ist nicht genug Roma, er ist zuerst Ungarn. Wenn es bei Ungarn geht, er ist nicht genug Ungarn, er ist zuerst Serbien. Bei Serbien ist es zuerst Roma. Aber das ist nicht nur mit Ethnizität so. Das ist in jedem anderen Sachen im Leben so. Man ist nicht genug Bürger. Man ist nicht genug Stadtbürger. Er lebt in der Stadt, aber er ist behandelt als Siedlung. Er lebt in der Siedlung, aber er ist behandelt als anderes Dorf. Und so weiter. Er spricht zum Beispiel rumänisch, aber er ist behandelt als albanisch. Er spricht albanisch, er ist behandelt als italienisch. Er ist zum Beispiel in der Glaublichkeit katholischer. Er ist katholisch, aber er hat Freunde, wir sind Muslime, und er lebt inzwischen orthodoxe. Auch nicht genug nirgendwas. Ja, ich verstehe. Also es ist nicht nur eine interessante Frage, sondern auch eine sehr interessante Antwort von dir. Und ja, die nächste Frage schließt sich direkt da an. Und zwar, ob es nicht auch andererseits trotz dieser ganzen Diskriminierungserfahrungen auch ein Reichtum bedeutet, in verschiedenen Kulturen zu Hause zu sein. Und du sprichst Serbisch, Ungarisch und Deutsch. Und wie siehst du das? Ist das nicht auch ein Reichtum, eine Bereicherung? Ja, darüber habe ich schon mehrmals denken und reden. Also, inzwischen bedeutet genau das. Nicht genug. Aber mehr als andere. Also, aus anderer Seite verliert man was. Aber aus anderer Seite bekommt man was. Man bekommt mehrere verschiedene Erfahrungen, mehrere Wissenheit, mehrere Sensibilität. Mehr Seele vielleicht auch? Mehr Seele auch. Und bekommt mehrere, wie kann ich das sagen? Also, mehr Zufriedenheit mit Leben. Da möchte ich gleich weitermachen mit dem nächsten Gedicht. Das heißt, aus dem Bauch heraus, passend ein bisschen zu der Antwort. Und genau, du liest wieder auf Ungarisch und Serbisch und ich wieder auf Deutsch. Und das ist das, was ich. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Ich will die Tieren, die ich will die Platz für euch. Ich will die Tieren und die Straße vor sich, die ich im Ab eres verabschnell werde. Ich will die Überwürste, dass es dich im Ab Wald-我们 wird verzweifisch. Ich habe heute schon gedacht, dass ich ihr euch, dass ich mir die Straße bin, dass ich meine Arme-Ber-Würste bin, auf den Weg mit der Vanderobekämpf. Ich würde noch sagen, diese Frage vor diesem Gedicht, diese Reichtum, bekommt man noch etwas, bekommt man die Möglichkeit, dass es anderen etwas geben kann. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Also auf Serbisch, Isutrobe. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Das ist ein sehr guter Gedanke. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Das ist ein sehr guter Gedanke. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Ich habe hier eine Reihe von Fotos gesehen aus Serbien. Und diese Fotos hat Istvan gemacht. Und Istvan, vielleicht könntest du etwas zu diesen Fotos erzählen. Also diese Fotos habe ich als Journalist gemacht, als Dokument und Foto von meinen journalistischen Schreiben. Die sind meistens über das Leben von Roma in Serbien, meistens aus der Stadt Novi Sad und Umgebung. Die können auch etwas über ihre Lebensqualität reden, aber auch über ihre Möglichkeiten. In wenigen Fotos sind Roma-Siedlungen. Wo können wir sehen, wie sie leben, in welchen Lebensbedingungen sie leben. In anderen Fotos sind verschiedene Fotos über die Aktivität von Roma oder für Roma. Und dort können wir sehen, was können wir machen, wenn wir keine Barriere haben. Aber leider, diese keine Barriere kommen manchmal. Aber es dauert nur wenige Tage, nur eine halbe Stunde. Und danach kommen wieder die Barriere. Und wir müssen zurückkehren in diese Lebensbedingungen. Was kann denn deiner Meinung nach die Politik oder auch die Gesellschaft tun gegen diese ethnische Ausgrenzung? Was kann getan werden von uns allen? Ich denke, das kann sehr viel machen. Aber dafür braucht man geöffnete Herzen. Also, gerade gibt es viele Initiativen für Roma. In Europa, in der ganzen Welt. Es gibt viele Initiativen. Es gibt viele Aktivitäten. Aber alle Initiativen gehen als Projekt und gehen nur dafür, was bezahlt es sich, lohnt es sich. Für die, welche diese Aktivitäten machen, aber nicht für uns. Also, das ist keine Hilfe für uns. Sondern Profitabilismus. Verstehen. Das, was kann wirklich für uns machen, oder was können wir für uns machen, schließt aus diesen Profitabilismus. Wenn, zum Beispiel, ich helfe jemanden nur deswegen, das wird ihm besser. Und nicht mich. Ich verstehe das, ja. Den ist wirkliche Hilfe. Und das gibt langdauer Lösungen. Aber wenn, ich helfe jemandem nur deswegen. Dann habe ich noch ein Haus. Noch ein Auto. Noch eine Yacht. Er wird das innerhalb von zwei Monaten verlieren. Und alles, was bleibt, ist mein Auto. Und welche, vielleicht auch die Frage an Rubito, welche Hilfe wünscht ihr euch für die Roma- und Sinti-Community? Also, Istvan hat viel davon gesprochen, was nicht gut ist. Und vielleicht könnt ihr sagen, was ihr euch wünscht? Also, dass Menschen wissen, wie wir sind, dass sie die Chance haben, was normale Menschen sind. Dass die Vorurteilen verschwinden. Dass sie euch kennenlernen. Ja. Wir sind ganz normale Menschen. Wir haben noch eine andere Kultur. Wir haben noch eine andere Kultur. Ja klar. Wir sind nicht. Aber so anders als andere Menschen sind wir nicht. Ich kann es ein Beispiele. Das ist das Vorurteilen von Diebstahl. Das ist das größte Vorurteilen von Giednergrund. Ich kann es ein Beispiele. Das ist das Vorurteilen von Diebstahl. Das ist das größte Vorurteilen von Giednergrund. Man hat keine Chance um sich um eigene was zu wählen in die Gesellschaft. Das ist das eigene Initiativ für uns. Und zwar in München. Alles überall. Wir suchen, dass unsere Kinder auch immer normal zu Schule gehen können. Nicht, dass sie ein, zwei, drei von, oh ja. Boom, hop, für die Schule. Eltern waren schon noch für die Schule. Viele Menschen, ältere Menschen, die sind analfabet. Ich habe sie nicht. 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 Alles gejagt. Aber, ja. Was muss kommen dann? In der Rest von meinem Leben? Nur armoed, elend. Man kann nichts bedeuten für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft. Ja. Man ist gut dafür. Um viele Genehmigungen hier zu bezahlen, das zu bezahlen, etwas zu bezahlen. Das, 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 das. Und tausende Regeln, die für andere übrigens nicht gültig sind. Das ist so ein Teufelskreis. Und im Endeffekt, was für eine Mühe man auch macht, im Endeffekt nicht so gedacht. Du bist ein Tigauner und, boah, kein Mensch. Ja, ihr sprecht davon, dass viele Dinge, die für die allermeisten selbstverständlich sind, um die müsst ihr kämpfen. Und, ja, wir möchten auch natürlich mit diesem Abend dazu beitragen, dass die Menschen eure Kultur kennenlernen. Eine Frage, die ich auch noch hier vorbereitet habe. Gibt es denn ein gutes Projekt oder vielleicht eine Stadt oder einen Ort, den ihr kennt, wo es gut funktioniert? Ein Beispiel. Was es gibt, was gut funktioniert. Das Problem ist, alles, was ich aufsetze, funktioniert nur halb. Ein Beispiel. Ich rede von, wo ich wohne in München. Da gibt es ein ganz schönes Projekt. Das Projekt ist, um Kinder zu begleiten auf der Schule. Eltern haben keine Ahnung von Schule, was es ist. Viele Eltern können nicht einmal lesen und schreiben. Andere, die waren keine Ahnung von Weihnachten für die Schule gesendet. Aber das geht noch immer auf. Das sind Kinder, die nicht vaccinisch sind. Das ist nicht schief mit ihnen. Normaler Verstand, aber... Gut. Das ist ein gutes Projekt. Das ist, wenn Menschen studieren. Das ist, als die normale Chance im Leben haben. Als andere Menschen auch haben, Kinder. Das ist, das Projekt hat so ein bisschen Erfolg. Aber das Problem ist, man hat die Wissen nicht gekregen. Die Stadt betalte auch ein bisschen in die Zeit. Die suchen mediatoren. Und, da wurde die Stadt auch was in die Zeit zu betal, Wir kommen dann direkt zur Verfügung, dass jemand wenigstens eine Realschule-Abschluss haben muss. Wir versuchen es einfach so jemand zu finden. Jetzt sind zwei Mediatoren, eine Romney und eine Sinto. Die beiden haben es zuverlässig. Die setzen sich ein. Die sind noch einmal jahrelang offen. Die Stadt ist ganz nett. Die wollen sie bezahlen. Die wollen sie ein Komendies bedienen. Wir haben eine Frage. Wer hat denn welche Weise eine Realschule-Abschluss? Ja ok, es sind tausende. Aber wenn man etwas Realschule-Abschluss braucht. Das ist schön, um herauszukommen. Ja, also ich habe herausgehört, es braucht Mediatoren. Und die vielleicht in eurer Kultur auch zu Hause sind. Aber auch sehr gut vernetzt sind, um diese Verbindung zu schaffen. Das war so. Das war so. Nach über 600 Jahren Rassismus. Wir vertrauen nicht ein, zwei, drei Vremden. Und wir sind immer ganz vorsichtig und so. Und nicht so als in der Schule. Viele habe ich immer auf die Schule gedacht. Ja, Schule, was ist das. Wir sind immer wieder gequält. Und was haben wir denn davon? Die Zeitgeist verloren. Wir hatten nichts mehr in Leben. Das war, wenn ich denke, an meine Schule als Biolo. Ich habe nur zwei Jahre. Und dann, ja, konnte ich zu Hause bleiben. Das war für mich zu befehlend. Wege alle Mobbing, alles was abgegangen war. Ich habe das auch gemacht. Gut. Es ist ein sehr schöner Beruf. Es ist ein sehr schöner Beruf. Ja. Gut. Das kann ich sagen. Mein Zoon. Da bin ich ziemlich stolz auf. Ich habe richtig viel gekämpft. Aber ich wollte, dass sie eine gute Chance hatten in Leben. Hier in Europa konnte ich nicht mehr studieren. Ich hatte die Universität. Aber es war hier in Europa unmöglich. Wir mussten da wieder nach Canada gehen. Ich bin mit ihm nach Canada gegangen. Da waren die Chancen. Da, Canada, Einwanderland. Da sind die Leute noch nicht so befolgt. Wie ist das? Da haben wir noch Chancen. Da hat er auch studiert und da woont er. Aber eigentlich möchte ich, dass es hier in Europa ist. Das ist alles. Dass Menschen ganz einfach nicht mehr geguckt werden. Von, oh ja. Nach Ethnicität. Von, oh ja. Deine Hautfarbe steht mir nicht an. Oh, da kommt da. Oh, da bist du das. Oh, nein. Die ganze Pauschalisierungen von Menschengruppen. Das sollte aufhören. Einfach. Diese Lesung heute findet ja auch im Rahmen der Veranstaltungsreihe Menschenrechte grenzenlos statt. Und das ist ja auch genau das Thema. Menschenrechte für alle und Gleichbehandlung. Egal welche Herkunft man hat. Und genau. Also an dieser Stelle möchte ich dann auch diesen Abend heute abrunden. und mich bei euch herzlich bedanken. Und wir von Kaga e.V. hoffen, dass durch diesen Abend auch die Menschen einen Einblick haben in eure Kultur, in eure reiche Kultur. Und ja, dank auch an das Team von Faust e.V., an Nicole und Gavin und an die Stadt, an die Landeshauptstadt Hannover, zentrale Angelegenheiten Kultur, die die Reihe fördert. Und am Schluss möchte ich noch Rubito bitten, noch etwas für uns zu spielen. Und am Schluss. Und am Schluss. Und am Schluss. und am Schluss. Und wenn Sie mir nochmal gucken,? Musik 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 Musik